Es ist unheimlich aufgefallen und es hat dafür gesorgt, dass wir zu denen niemals richtig finden. Wir haben Ost und West, ist immer noch nicht vereint. Wären wir vereint gewesen, hätten die uns lang oder längst gesagt, was da läuft bei uns im Land. Und ich glaube, davor hat die Regierung Angst gehabt. Die haben Angst gehabt, dass wir zueinander finden und die uns früher warnen.